Marina Ovsjanikova bei ihrem denkwürdigen Auftritt im russischen Live-Fernsehen vor eineinhalb Jahren. Damals hält die Journalistin ein Plakat in die Kamera, mit dem sie gegen den russischen Militäreinsatz in der Ukraine protestiert. Nun hat ein Moskauer Gericht Ovsjanikova in Abwesenheit zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt, wegen der Verbreitung von Falschinformationen über die russische Armee. Das Urteil bezieht sich auf eine Protestaktion in der Nähe des Kremls im Juli 2022. Damals hatte Ovsjanikova ebenfalls ein Schild in die Höhe gehalten, auf dem sie den Militäreinsatz in der Ukraine kritisierte. Im Oktober 2022 floh die heute 45-Jährige mit ihrer Tochter aus dem Hausarrest in den Westen. Derzeit hält sie sich wohl in Frankreich auf. Zur Urteilsverkündung erklärte sie, die russische Justiz wolle sie, Zitat, fertig machen, weil sie die Dinge beim Namen nenne.